Willkommen zu einem neuen Video, wenn ich mal wieder auf Tour habe. Ich habe Hunger, daher heute mal ein schönes Epa. In meinem Fall ist es aus Litauen die Nummer 7. Ich habe keine Ahnung was drin ist. Lesen, kriege ich es gerade auch nicht. Ich würde sagen, wir rufen mal auf und gucken was das ist. Das Schöne ist, oben war so eine Schlaufe, wo man die rausziehen kann oder einreißen kann. Der Milchütter ist fertig. Das erste ist die knochenharten Kekse. Wieder mit Kümmel, kann man ja irgendwo her. Auch die Mandeln, die kriegt man schon aus dem anderen Epaß. Auch hier mal wieder, hier ist der Esprit Kocher, den man zusammen stecken kann und dann geht es los. Das ist ganz praktisch, weil hier sind passenden Esprit, drei Stück. Löffel, ein Erfrischungstuch, hier ist gerade ein Kabelstraps untergefallen. Da kann man die Tüte dazukleben. Und das klassische Streitschweizer. Gut mitgedacht. Dann haben wir das Mittagsmenü. Hier rein kommen wir. Jetzt hieß wieder die Tüte drinne. Zum Erhitzen geht das mittlerweile. Die Wasserlinie ist da rein Wasser eingefüllt, die Tüte hier rein gepackt, zugemacht. Ein paar Minuten warten und Essen ist warm. Da brauche ich wenigstens kein Feuer zu machen, sondern habe mein Essen direkt erhitzt. Hier ist Troskinta Chiaolina Succhi Kurokos. Stood Pork. Das ist ein Schweinweg, man. Schwein. Mesh. Keine Ahnung. Irgendwas mit Schwein. Wenn man mal gleich warm machen. Und dann guck mal, wie das schmeckt. Das nächste ist. Jetzt mal schön die Tüte noch zu kriegen. Ach, Lemon. Das ist hier Zitronen. Limon. Warum ist Limon? Das ist eigentlich nur Zitronenpulver. Ah, schön. Schokolade. 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 Dann haben wir schwarzer Tee. Schokolade. Und dann haben wir hier eine große Tüte. Zucker. 12 Gramm. Das ist mal. Ordentlich. Und dann habe ich hier. Warte, das wird ein Marmelader sein. Massica Moos. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ohne schöne Marmelade. Das war's schon. So. Dann werde ich mal. Hier ist wieder nur Tee drin. Leider kein Kaffee. Kaffee weißer Zucker. Leider Gottes. Aber egal. Soll ja nur ein bisschen satt machen. Fertig. Wenn wir das Essen warm machen. Jawohl. Das müssen wir erst mal probieren. Ich nehme mal den Mülleimer. Die Mandeln probiert man nicht. Ich wissen, wie die Mandeln schmecken. Der kann schon ein paar Mal probieren. Die kriegst du auch nicht. Und ich schmeck mir immer wieder gleich. Da ist der Zahnausfall dabei. Jetzt noch eine Schokolade. Zwei Riegel drin. Schöne. Schön gemacht. Mit so einem Blättchen drauf hier. Uta Ano 1913. Ich hoffe, die sind nicht so alt. Von 1913. Zartbitterschokolade. Es ist hart. Aber. Hm. Hm. Ganz immer so schlecht. Hm. 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 Ganz immer so schlecht. Die ist auch knochenhart, wenn wir es noch ein bisschen in den Mund lassen, ist schön cremig, die zerläuft richtig auf der Zunge, auch nicht so süß, nicht so bitter, das genau so inzwischen Ding ist diesmal richtig gut, das wissen wir hier schon so lange bekannt sind, hat das Tarnmuster, Armee Tarnmuster, finde ich richtig genial, aber, ja, das ist ein Kekse, ich will jetzt gerade nicht 10 ausbeißen hier, die sind richtig gut, wenn was lecker ist, diese Kümmel, die mit drin sind, richtig genial, Geschmack sind die top, aber es ist halt nur, man muss gesunde Zähne haben, weil das sind so, wie gesagt, hart, da hast du nichts zu tun, der schätzt man alles vor, so merken wir beim Stuhlgang nachher, ja, oder welche gepresst Kohle raus, aber es machen satt, das ist auch das Wichtigste im ganzen Zeug hier, ja, wie gesagt, ich werde mal schon das erste Mal machen, dann sind wir gleich wieder, dann kicken wir, dass das Essen schmeckt, bin mal ganz gespannt, also, ich kann mal immer klatschen, dann bin ich wieder da, voll ist es ganz gut, also, so, Essen ist fertig, jetzt wollen wir mal kicken, was Schwein bedeutet, schon mal ein bisschen kneten, dass hier alles mal ein bisschen gemixt wird hier, ich bin echt mal gespannt, wie ein Flitzebogen, da sieht der lecker aus, das kann mal Hundefutter sein, aber immer so, das ist eh eine Pampe, das Schweinefleisch auch für alle Fälle, das schmeckt gar nicht so übel, das sieht nicht besser aus wie von Hackfleisch, wirklich nur Hackfleisch zu sein, und hier ist mal wieder, das sieht Matthias, mehr Rüpe drin, das ist mal ein Hörschen, und, tja, ich kann es gar nicht entschlüsseln hier, zum Buchweizen ist es nun Kartoffeln, Mais, Insen, das sind so die weißen Punkte, aber, das sind ja wieder andere Länder, andere Sitten, hier haben sie alles irgendwie zusammengemanscht, das war es dann, was dann geschmacklich ist, das ist ein schlechtes, meine, wir Deutschen müssen es verschränken, und will dann den Geschmack, ich bin gut, in der Not, mit Drossenbitten, ich brauche hier schon der Energie, perfekt, das ist also das Ziel daran, man soll ja satt werden, oder man soll ja Energie haben, so nicht schlecht, aber, wie gesagt, das sind Geschmäcker verschieden, ich muss es halt zu probieren, okay, ich habe es probiert, das wird es wohl gewesen sein, meine Favoriten sind eigentlich USA, die normalen Pakete, diese braunen Tüten aus Deutschland, genau, Kartons, wir hatten ja, wenn ihr die Videos seht, ihr wisst, was ich meine, wir hatten schlechte, so wie gute gehabt, das gucken wir immer so, es gibt Menüs, die sind geil, es gibt Menüs, da ist wie Großbritannien, die waren auch lecker gewesen, da waren es ruhige Menüs, aber, wir müssen es ja probieren, durchtesten, durch die ganzen Länder, ich bin da gut dabei, hoffentlich, nächstes Mal auch mal mit Matze, mal wieder, schauen wir mal, wie gesagt, dann weg erstmal durch, wie gesagt, das probiert jetzt nicht da, weil es hat schon x-mal probiert, der Geschmack ändert sich ja nicht, wer es euch gemacht hat, könnt gerne ein Abo dalassen, unten ist ein Link von Matthias, seinem Kanal, der hat auch ab und zu mal schöne Videos, wenn man Langeweile ist, einfach mal reinschalten, auch da könnt ihr mal ein Abo dalassen, so, wie gesagt, heute war es mal wieder kurz und bündig, danke fürs Zuschalten, das hat das Elend hier ertragen ab und das sagen wir mal, wir sehen uns beim nächsten Video, bis dahin, ciao, ciao.